Hallo meine Lieben, sportlich lässig präsentieren wir dir unser Modell Camilla. Dieser Schnüre bietet dir innen wie auch außen besten Komfort für deinen Fuß und Camilla bekommst du in schwarz und in dunkelbraun und Innengrößen 35 bis 42 und jetzt wird es heiß. Wenn man in den Schuh hinein greift, spürt man das zarte Fell mit dem auch das weich gepolsterte Fußbett da drinnen, das ist ja integriert, sorgsam überzogen wurde und dank der hochwertigen Verarbeitung sind da drinnen auch keine störende Nähte zu spüren, so scheuert und irritiert, nichts mehr deine sensiblen Füße und dank des feinen Fell ist es obendrein noch fein kuschelig da drinnen. Besonders wenn du als Frau unter kalten Füßen leidest, ist dieser Schuh also die optimale Ergänzung für deinen Kleiderschrank. Das Obermaterial ist ja aus einem besonders atmungsaktiven Echtleder gefüttert. Das Leder ist ja wahnsinnig weich und für den normalen als auch schmalen Fuß ist das Modell in der Weite erhältlich. Und für einen angenehmen Laufkomfort sorgt die flexible Laufsohle mit einem Absatz von zwei Zentimeter und eine individuelle Regulierung am Spann gibt dir die Schnürung. Kurz und knapp gesagt hast du also mit dem Modell Camilla einen bequemen Komfortschuh für jeden Tag entdeckt, der dir beim Radfahren, beim Spazierengehen und im Alltag bestens zur Seite steht. Also einsteigen, wohlfühlen und los geht's. Eure Biki.